Hey Leute, hier ist Julius und ja, wie ihr sehen könnt, habe ich mir hier etwas zusammengebastelt. Hier ist mein Mikrofon, wie ihr glaube ich unschwer erkennen könnt. Und hier neben mir ist ein Retro Puls Messgerät. Und ja, ich dachte, das wäre ein cooles Gerät, wo man ein Video machen kann. Und ja, ich finde, es sieht auch sehr antik aus. Ich zeige euch das mal ein bisschen näher. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, also das ist auch ein bisschen schwierig jetzt für mich, da ich mir nie genau sicher bin, wie das ja alles funktioniert. Also, es wird auf jeden Fall größer. Da kommt Luft, da wird Luft reingepumpt. Steigt die Bahn sein? Nein, ganz vorbei. Der Grund, warum ich immer hier unten rechts hingucke, ist, weil da unten mein Laptop steht, damit ihr nicht mehr so laut die Laptop-Geräusche hört. Meine Webcam ist jetzt an meinem Monitor und ich denke mal, dass die Hintergrundgeräusche damit so minimiert werden, was in meinem Interesse liegt. Ich glaube, wir sollten die Mikrofonempfindlichkeit ein bisschen hochstellen. So, ihr solltet mich jetzt etwas lauter hören. Und, ja, ich werde jetzt einmal ein bisschen damit drauf spielen. Und, ja. Und, ja. Ich werde jetzt mal, auf jeden Fall. Und, ja. Und, ja. Das war's für heute. 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 Made in England. Das war's für heute. 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 Wait a moment. Das war's für heute. 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 Ich weiß, Anzeige. Am Sonntag kommt, ab dem 1. Danke für's,